Wir rufen an, Hilton München, jetzt bin ich gut drauf. Komm, was soll die Scheiße kosten? Drei Mille heute Nacht? Ach doch, ich ruf jetzt an, da ist mir scheißegal. Herzlich willkommen im Hilton München Park. Komm. Für Gruppenreservierungen mit mehr als zehn Zimmern, für die Veranstaltungsreservierungen, wählen Sie bitte die Eins. Für Gruppe-Reservations of ten or more rooms and meeting inquiries, please select one. Für die Einzelreservierung bis zu neun Zimmern, wählen Sie bitte die Zwei. Zwei. Ich hab Zwei gedrückt. Presidential Suite. Für den König. Sind vierzehn Zimmern ein. Herzlich willkommen bei Hilton. Grüß dich. Sie rufen außerhalb unserer normalen Geschäftszeiten an. Um auf Englisch fortzufahren, drücken Sie bitte die Eins. Eins. Wo, stellt die mich jetzt rein? In Dubai, oder was? Oh, das ist doch nicht. Das ist eine Drecksmusik. Das verzerrt, der verzerrt sich. Also kriegst ja gelbe Zähne von. Hallo, ihr Knossi, Deutschland. Du sollst da nicht anrufen, leg mal bitte auf. Sorry, was ist dein Name wieder? Münich Park Hotel. Leg mal bitte auf, du sollst da nicht anrufen. Nein, dein Name. Was ist dein Name? Knossi. Für mich ist reserviert, Jens Knossala. Deutsch? Deutsch. Sorry? Du Deutsch, Deutsch. Nur Englisch? Sorry, are you trying to book a room reservation? No, my room, München. Booked. Okay, you already booked the reservation. Yeah. Okay, and what is your confirmation number? Name? Yeah, confirmation number, reservation number. Eins. Ich glaube, es ist reserviert. Ich glaube, das ist, das läuft. Ich wusste gar nicht, dass wenn du München buchst, dass die Leute aus dem Englischen Garten auf einmal, dass das da das Callcenter ist.